Wir können sagen, dass die Experimente im Labyrinth ein voller Erfolg waren. Zu früh, um genaueres zu sagen, aber sie könnten der Schlüssel zu allem sein. Es wird Zeit. Beginnen wir mit Phase 2. Willkommen in der Brandwüste. Die Welt da draußen hängt an einem seidenen Faden. Hinter dieser Tür liegt der Beginn eures neuen Lebens. Hey Thomas, wir waren nicht das einzige Labyrinth. Was weißt du noch über Wicked? Ich weiß noch, dass sie mich in das Labyrinth geschickt haben. Ich erinnere mich, dass ich es sah, wie meine Freunde vor meinen Augen starben. Möchtest du es denn nicht verstehen? Was verstehen? Warum das alles passiert ist. Wer du wirklich bist. Auf welcher Seite stehst du? Die verheimlichen etwas. Das kannst du doch gar nicht wissen. Sie haben uns belogen, wir sind nie entkommen. Das war alles Teil ihres Plans. Was wollen die denn von uns? Lauf! Thomas! Das Labyrinth ist das eine. Aber ihr Kids würdet da draußen nicht überleben in der Brandwüste. Thomas! Das Licht! Was zum Teufel? Der Verlauf eures Lebens entscheidet über den Weg der Menschheit. Hinein ins Licht oder in die Dunkelheit. Das Licht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017